Wie gut ist das denn? Die Rätselshow, präsentiert von Chris Jeremy. Die Lügen des Locke Lamora von Scott Lynch. Das sind viele L, doch keines davon, so viel vorneweg, steht für Loser. Obwohl es in diesem 848-seitigen Fantasywerk viel um Verlust und um das Verlieren geht. Den erlittenen Verlust, das Risiko des Verlierens, die Angst vor dem Verlust. Und damit ein warmes Willkommen zu Wie gut ist das denn? Ein kleiner Bücherplausch, in dem wir, bzw. ich euch heute über den ersten Teil der Gentleman Bastards Reihe, die Lügen des Locke Lamora unterhalte. Im Debüt des Amerikaners Lynch geht es um den titelgebenden Ganoven, Dieb- und Trickbetrüger Locke Lamora, der gemeinsam mit seiner Bande im Herzogtum Karmor auf Beute zugeht und sich dabei einem alten, ausgehandelten Frieden zwischen Tunichtguten und Habzufielen widersetzt, indem er vornehmlich in ausgeklügelter Manier die Reichen bestiehlt. Und während Locke und seine Jungs mitten in ihrem bis dato größten Coup stecken, bringt ein geheimnisvoller und scheinbar übermächtiger Mörder das Machtgefälle der organisierten Unterwelt ins Wanken. Mitten hinein in die kalkuliert tödlichen Machenschaften des sogenannten Grauen Königs gerät schließlich auch Locke. Das ist in etwa kurz und kratzig zusammengefasst der Plot des Reihenauftaktes. Vorstellen kann man sich das als teils vulgäre, launige und an den richtigen Stellen auch Gewaltspitzen nicht verneinende Mischung aus Dark Fantasy und charmanter Gaunerkomödie, in der die handelnden Gentleman Bastard sich und ihre Opfer in reichlich Mummenschanz und Scharade verstricken und die High Society von Karmor Hobbs nehmen. Das spaltet Lynch in den Haupthandlungsstrang und viele kleine Rückblenden und schlaglichtartig eingeflochtene Zwischenspiele, die Kindheit und Upbringing der Elite Stibitzer oder die Geschichte Karmors beleuchten, um Figuren und Ereignissen Kontur und Kontext zu verschaffen. Gerade in der ersten Hälfte leidet da immer mal wieder etwas das Pacing drunter und ich habe mich von den Flashbacks und auch von der Struktur mit der Lynch die Einbaut immer so ein bisschen rausgerissen gefühlt, aber auch nie zu sehr und das gibt sich mit der Zeit, wenn man die Architektur des Buches erstmal verinnerlicht hat. Denn wenn man eins sagen kann, Lynch strahlt eine vollkommen sichere Hand aus in dem, was er da stilistisch aufzieht, was ja für einen Debütroman und angesichts der Komplexität und Verschachtelung, die er anstrebt, schon bemerkenswert ist. Stilistisch ist die Lügen des Locke Lamora so rund wie eigen und unkonservativ. Der Ton ist, je nach interagierenden Figuren oder wen diese Figuren gerade darstellen, mal schnodderig und rau, dann aber auch wieder in Dialogen hintergründig, exquisit und hochgestochen. Wobei Lynch sich nicht verschanzt in einer oder mehreren Character Voices, sondern sich passagenweise wie der Chronist der Ereignisse der Handlung und der Stadt Karmor insgesamt gibt. Wenn Lynch erzählerisch an Momente stößt, in denen starre Fixierung auf eine Charakterperspektive die Story in eine erzählerische Enge treibt, hüpft er da auch einfach mal raus und nimmt einen ganz anderen Kopf oder einen übergeordneten Erzähler ein. Ganz spannende Mischung also aus Limited und Omniscient, was auch immer wieder clever und spannend mit den variierenden Wissensvorspringen der Figuren und des Lesers spielt. Die Geschichte an sich ist dabei, so auf ihre groben Eckpfeiler runtergebrochen, nicht unbedingt die Hauptattraktion des Buches. Wird aber vor Lynch verschachtelt und wendungsreich genug erzählt, um interessant zu bleiben. Das flaniert alles so über die Tropenalleen von Arm gegen Adel, die reichen und herrschenden residierenden Villen und gläsernen Türmen, während die Armen von Karmor gezwungen sind, Suppe aus Asche und Urin anzurühren. Mit diesem Karmor selbst schafft Lynch ein tolles Beispiel, wie man aus einem Handlungsort fast schon sowas wie den zweiten, dritten Hauptcharakter der Story macht. Das ist so ein mediterran-venetianisch angehauchtes Renaissance-Setting, voller Kanäle, Becken und Inselvierteln, bevölkert von Sündern und Syndikaten, Gilden und Galären, das sich wunderbar abhebt von der klassischen Burgen- und Gemäuer mittelalter Fantasy. Karmor lebt und atmet und es stinkt. Es ist verabscheuungswürdig. Und dann wieder ein Ort der Wunder, durchwoben von den architektonischen Besonderheiten einer mysteriösen Vorspezies, die gläserne Bauten und Brücken und Türme hinterlassen hat, deren Glanz und Glorie man nur bewundern, gar nicht verstehen kann. Und Lynch macht einen ganz hervorragenden Job, diese Stadt greifbar und fühlbar zu gestalten und das auch über das komplette Buch aufrecht zu erhalten. Da gibt's immer wieder irgendeinen neuen Winkel, eine historische Begebenheit oder eine Anekdote, die eingeflochten werden und in die Gegenwart spiegeln, was ein riesiges verdrahtetes Netzwerk von einem Moloch offenbart. Karmor bleibt als Handlungsort bis zum Schluss aufregend genug, um auf diesem Scherentanz zwischen Arm und Reich immer wieder irgendwas Neues zu entdecken, das einem entweder die Augen öffnet oder sie einem im Kopf nach hinten verdreht. Karmor ist ein ziemliches Paradestück in Worldbuilding oder Citybuilding, wenn man so will. Ein vibrierendes Ungetüm, dessen Extravaganzen und Besonderheiten Story und Charaktere immer mit antreiben. Lynch überschlägt sich da teilweise ein bisschen, wenn er hier noch ein Viertel und da noch eine Gasse hinzufügt und beschreibt und dies noch wichtig ist und jenes noch irgendwann mal passiert ist, aber diese Stadt blutet und schwitzt Atmosphäre. Den Untergrund mit seinen Mafia-ähnlichen Strukturen skizziert Lynch dabei ebenso smart wie das Ränkespiel des Adels und der unterschiedlichen Machtverwalter. Und das kommt in Größe und Gewicht nicht an so einen kontinental-kolossalen Ansatz wie zum Beispiel in Game of Thrones ran. Die Lügen des Lockdown-Raw ist eine deutlich persönlichere, kleiner skalierte Geschichte mit geringeren, aber doch bedeutenden Stakes und Herausforderungen. Spätestens ab der Hälfte des Buches ist dadurch die Verkettung der Ereignisse, die falschen Fährten, durch Verrat und Betrug und was nicht alles stattfindet, ein unwahrscheinlicher Zug drin, der einen das Ding gar nicht mehr aus der Hand legen lässt. Lock und seine Bande sind ein sympathischer Haufen graumoralischer Außenseiter und Underdogs, Freunde und Brüder. Und was dann da ab Scheitelpunkt des Buches abgeht, hat schon Dramatik und Wumms, nachdem man es vorher fast einen fiesen, kleinen, berstigen Cozy-Read nennen könnte. Auf jeden Fall zieht das Buch in Richtung Finale deftig an. Von einer Wirrung zur nächsten Wendung und Lynch liefert Payoffs zu seinen Setups, die an Impact und Emotionen wenig vermissen lassen. Manchmal aber schon doch etwas. Und damit kommen wir zu so ein paar kleineren Kritikpunkten. Öfters sorgt das Heraufbeschwören, das Androhen von Konfrontationen für mehr Spannung als die Konfrontation selbst, was zu leicht unterwältigenden Konklusionen führt, in denen einige ausweglose Situationen auch mal über Plot-Armer und günstige Zufälle geregelt werden. Das tut einem insgesamt extrem clever arrangierten Lesevergnügen aber nicht wirklich viel Abbruch. Und man fiebert vor allem ausreichend mit Locke und seiner Crew, um solche Momente im Triumph der Figuren eher zu genießen, statt aus storytellerischer Sicht zu verdrießen. Man kann vielleicht nicht unbedingt sagen, dass einem die Gentleman-Ganoven ans Herz wachsen, doch Lynch gelingt einem jederzeit glaubhaftes und facettenreiches Porträt verbrüderter Kameradschaft, der man ein Gelingen im Kampf gegen Wunsch und Widerstand ihrer Hescher und Henker wünscht. Die Dynamik der Gruppe, das perfekt aufeinander eingespielte Kabarett des Clowns, in dem der Schmachthaken Locke Lamora sich ganz Anti-Action hält, mit List, Tücke und Gerissenheit statt Muskeln und Kampfkunst hervortut, fängt Lynch hervorragend ein. Und damit bleibt als Fazit eine klare Leseempfehlung für den ersten Band der bisher dreiteiligen Gentleman-Bastards-Reihe. Müsste man das in Punkten ausdrücken, gäbe es von mir eine 4,5 von 5. Oder noch ausdifferenzierter womöglich eine 8,75 von 10. Absolut gelungene Dark-Crime-Fantasy mit tollem, unverbrauchten Setting, starken Charakteren und einer ausgezeichneten Portion stilistischer Spleens. Wie gut ist das nun also? Ziemlich gut, wenn ihr mich fragt. Ziemlich auch, wenn ihr euch fragt. Untertitelung des ZDF, 2020